hallo und herzlich willkommen zurück bei der modi bär mit mir gegen einen computer das war falsch auswählen ja das wird auf jeden fall wieder zurzeit makro games einfach ein bisschen spielen heute mal bild schwebt mir irgendwie nicht freude ich werde auf jeden fall 19er oder 20er echte nehmen standard eher dem ob er irgendeinen schießscheiß spielt gleich mal rein das sah für mich wie schieß aus da habe ich doch gerade schon eingesehen na dann werden wir uns auch vorbereiten na wo steht der scheiß schieß da ist da ist Oh, okay, jeez. Ja, da habe ich mich nur verarschen lassen, dass er außen rumgegangen ist. Da ist einmal... Ja. Hast du den Reaper? Wieso? 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 Die Erstgeborenen werden obsiegen. Wo werden wir gebraucht? Ehre den Daelam. Was wünscht ihr? Ayur wird erneut. Gebt uns ein Jahr, Exekutor. Die Templer rücken vor. Por Zala. Möge die Schlacht wachen. Ja, das kriegen wir. Wir dienen Lajakar Milad. So, wir haben eine Robo-Wall. Vorne definitiv. Ich weiß immer noch nicht, was er macht. Ich hab' blödsinn gedacht, dass da ein Schieß kommen könnte. Hm. Okay, er bereitet sich selbst auf irgendwas vor, was ich nicht spiele. Ah, wollte ich in die Robo sitzen? Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Hab' ich doch. Ach, Mann. Konzentration. Naja, das ist halt auch schwierig nach so'n Arbeitstag. Ich spiel' heute irgendwie wie ein Anfänger, ey. Ich bin hier, in die Schatten. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich nehm' ein paar Stalker zum Saiten. Ach, doch schon gar nicht mehr auf meine... Ach ja, Pylonen vergessen, alles vergessen. Heute ist nicht so mein Tag. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Da kommt ein Drop. Ich bin die Stimme der Finstern. Wir sind einig in die Schatten. Ich bin das Herz der Finstern. Kalt. Ihr habt nicht gelügend... Ihr müsst zusätzliche... Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Da kommt der nächste Tropf. Oh, das sind nur ein paar Marines. Na, Piloten langsam mal durch, ey. Da kommt der Tropf. Im Namen der Rache. Ich bin hier. Ah, ich hatte... Er ist Piemengas gebaut. Und zum nächsten Mal, bitte. Kalt. Erneut die... Ich bin hier. Ich bin Schatten. Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, jetzt hab ich genug Gas, aber es reicht nicht für Kolosse. Ich bin nicht genügend Mineralien. Okay, wurde meinser der jetzt dabei. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin das. Ihr seid auf mich angewiesen. Was ist euer Beginn? Ihr habt nicht genügend. Ihr seid auf mich angewiesen. Was ist euer Beginn? Ja, ich bin das. Ich bin hier. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier in die Schatten. Ach, Mann, ey. Ich verstehe das auch. 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 Ich verstehe das auch.